Schlaf ein, mein kleines Kind. Ich habe Edith geliebt. Mehr als mein Leben. Für diesen besonderen Tag habe ich für dich etwas Außergewöhnliches. Ich hätte unbedingt hier sein sollen. Sind deine Freunde Schausteller? Lustig. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe beschlossen, den Neuen mitzubringen, damit er mit uns ein wenig Spaß hat. Wo gehen wir hin? Es ist eine alte Tradition. Wuh! Weg hier! Oh, Scheiße! Was sucht ihr hier? Nichts. Deshalb können sie uns jetzt aus dem Weg gehen. Wenn mein Mann da wäre, würde er euch erschießen. Und jetzt verschwindet! Hallo, Christopher. Ich will keine Wache. Deshalb gebe ich euch eine Chance. Das mit ihrer Frau tut mir leid. Ihr seid sicher überrascht, dass ihr jeden von euch in ihrem Testament berücksichtigt habt. Ich will keinesfalls was von ihr. Nicht mal 100.000 Dollar. Haben Sie gerade 100.000 Dollar gesagt? Oben im Büro, am Ende des Flurs, steht ein Telefon. Neben dem Telefon liegt eine Nummer, die ihr anruft. Ihr bleibt eine Minute am Apparat und schon bekommt ihr die 100.000 Dollar. Wen rufen wir an? Ihr ruft Edith an. Sie wollte, dass ich ein Telefon mit ins Grab lege. Was sucht ihr hier? Sie möchte mit dir sprechen. Wo sind sie? Während des Anrufs hatte ich das Gefühl, transportiert zu werden. Wir werden alle leiden. Du nimmst jetzt den Führer. Für sie war es verheerend und teftig. Was wollen sie? Vergeltung! Was ist hier? Du wärst. AmИ�. Hochschule. 時 Wir werden scappat. Du bist. Ruhigen. some. Wasser. Subschlecher.